Hallössich bekommst du eine weitere Runde Fortnite Battle Royale heute mal im Squad unterwegs und ja die Runde war einfach nur spannend das ist das all die euch das zu sagen kann bis sonst am Ende also guckt dann bis sonst bis am Ende ja richtig spannend und ja lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und Abo schaut bei dem lieben die Spectre vorbei er macht auch wieder einen Neuanfang so weil er hat halt im Moment kein Computer gehabt viel Spaß mit dem Video ja aber du hast die Waffe nicht vor den Abbrotten ja um die Waffe aufzuheben also mit der mit der Taste E ich kann meine Taste so empfindlich machen dass ich nicht mehr was mit berühren muss nein 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 oh man warum ich hab doch das ist auch noch ne Popgarn alt da ist auch noch ne Popgarn aber er finde ich nicht bei mir ist auch einer schwarze Ritter Achtung ey mann neiii neiii so ging es mir grad auch so ging es mir grad auch ich hab nur ne Desert ey ich hab Durette ich wollt gar mehr ne Meta sozieren ey das ist nicht schöner gehen das ist ja schon direkt anders bei mir ey Luis warum spielst du mit deinem 2er Count noch? hä? äh Kurell hast du gesehen wir wurden von Luis umgebracht ah Luis oh lecker find ich find ich find ich find ich find ich ey 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 Luis bist du auf Hostel machst du Dieagle Only Challenge oder? kass aber zwei Kills ey ne Spaß ey aber Junge vergleich doch mal Lonely Lodge und Pleasant Park du hast im Pleasant Park du hast im Pleasant Park in jeder Runde bessere Loot ey ich hab gesagt ich geb Loot ne ich geb Loot weil er geht immer Blut ja eben deswegen gibt es besseren Loot ja das heißt ja nicht sofort das Sprecher wie spielst du das aus? ey ihre Mann ey wie spieler sind denn hier? gar keiner joa wie machst du denn? gut also wir erstmal mit ner Golds Goldsca Doppelblow Pump und ohne goldene Sca gefunden oh mein Gott ich hab's grad noch gesagt ja ich weiß ist ja ich kann auch vielleicht die ganze Zeit auf der Gecko ernsthaft? ja ja was soll man best auf Flori kennen ne ich kenn der Pump ey ich auch heute ist echt kacklood im Pleasant ey unfassbar ich hab Oli Grey aus ein Jagdgewehr ich habe es gar nicht da ist er acht ein das auf plüte hey blue ist da wo ich gerade bin nein nicht blue kreuz oder so in dem einen habe ich den x ja ist auch kreuz ich hab's dick ist kaum wo ist achtung der andere ist bei dem kruppelhaus muss fast nie loo drin gibt klär mir den ich hab nicht mal eine scheiß pump alter der typ ist so wie geil ich habe eben schon ein paar das ausgenockt man ja gut da unten ist noch einer nein wenn der fähre nicht der fähre nicht nein nein alter war das kloß ist aber auch mit anlauf geradeaus runter gesprungen nein korell dass ich das ist unkorrekt aber hier sind noch bäume und dann hielt ich mich damit apfel voll er ist sofort ein apfel und so wieder voll korell das war mein baum ich schlag dich du hast mir aber nicht gesagt dass es dein baum ist mir doch egal das war trotzdem mein baum hier ist noch ein apfel ich will mich einbauen und baut hinter mit du bist du hast in der wand drin gestanden ja vielleicht können wir ja abstrauben raucherhusten erhoffel ich bleibe ich ein alter ich würde es noch keine sound ich habe auch ganz schön so ganz leicht ist gar schützt aber nur tipps und tricks und fix ein header download 1969 da war da dann immer gelacht der typ hat in die anderen die menschen mit der sniper finischen sie sind aber noch hier war habe ich eben noch einen gesehen oder hat wurde down ich war ja noch einer ja sag ich doch hier war noch einer bitte an einer sturmgewehrmonie hast du sturmgewehrmonie floriken gut das war es mal wieder komplett hält aber die hat für wenig hat jemand noch dings das so wir haben die erstmal schön geholt ich würde sagen wir gehen wir jetzt zwei weitere teams jungs oder einzeln wollen gehen wenn ihr das wird jetzt wird keine welt ist mit lonelie zone du bist du hast jetzt schon lasst ihr auf den fetten berg weil das zu ziemlich in der mitte hat man schönen überblick ja frisch rumgeworfen hat der snipe und ich habe nur sieben für meine bolt ich konnte schnurre hat eine sturmgewehrmonie hat eine snipemonie ab einer vielleicht kommt und ich habe nur zwei jahre ich habe 35 ich kann ja was eben warte ich habe 142 hier ich kann auch die sind ja sofort da gut oh manu fuck hol die dir hol die dir get down come floriken ja wow rtg rpg 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 come rein weil kein hier ist egal ihr müsst ihr müsst uns hochholen ja oder das trotzdem hoch kommt doch einmal wieder leben ich habe medkit für mich Scheiße, Alter. Macht mir dazu. Oh, wir müssen uns jetzt richtig schnell heilen. Doch, klar geht das. Ich hab Plaks. Ich hab vier Kills, Luis. Wer hat die meisten Kills? Oh, jetzt ist es egal. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Oder hier sind welche raus, welche? Ja, da sind welche. Siehst du mich hier raus? Ja, an den Bunker über. Oh mein Gott. Er macht absolut Auge mit Highline. Danke. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab ihn runtergestreckt. Äh, doch nicht. Ich hab ihn niedergestreckt. Ah, nee, das war... Oh, wow. Ey, neben mir. Ich hab ihn 71er-Hit gegeben. Wo? Ich hab meinen eigenen Meld eliminiert, Alter. Was kannst du eigentlich? Was? Ich hab get down, ne? Aber ich hab vier Kills. Kann ich mit bei dir? Die meisten Kills. Achso, der hat ne Falle. Hab ihn. Oh mein Gott. So, Kurei, wir müssen jetzt richtig Schalltweihahn. Komm, geholt das. Achso, jetzt noch ne Falle. Ey, Kurei, gell dir noch meine Minis. Kurei, gell dir noch meine Minis vorher. Da, da, drüben. Hast du RPG? Das sind die letzten. Reicht ich auch noch rein. Lass uns abschießen. Schießt die runter, Jungs. Du musst die runterschießen. Nein, die machen das Gegenteil. Die machen das Gegenteil, was wir machen wollen. Oh, Louis. Wie bleibt am 18er? Scheiße, ich hab keinen hier. Ich hab noch 112er-Shot gegeben. Gut, Kurei. Achtung. Alter, seid ihr hoch, ey. Oh, Kurei, Junge. Fuck. Oder können wir jump? Ey, das ist der letzte. Oder ist der andere tot? Yes, genau. Nicht an Falschharten, wenn wir sterben, Alter. Das war so eine geile Runde, ey. Oh, Mann. Nein, scheiße.